Ja, aber genauso ist es auf Bolzplatz in Frankfurt auch. Keiner will abgeben. So ähnlich wie bei uns liegen überall so Spritzen. Ja, du musst auch Slalom machen, du musst Spritzen. Backspinion FC 25 Cup und mittendrin machen wir einen Modus, der neu ist. Und der heißt Rush. Und das ist ehrlicherweise genau das Richtige für uns. Wir spielen mit vier Leuten. Wir spielen Fenerbahce gegen Galatasaray. Und jeder von uns steuert jetzt einen Spieler auf dem Platz. Das heißt, ihr müsst darauf aufpassen, wo ihr langlauft und vor allen Dingen, wie ihr miteinander spielt. Wenn wir alle versuchen, immer nur Tore zu schießen, dann wird das ein Desaster. Ich bin blau. Oh, fuck. Was ist das? Was ist das? So, Leute, können wir mal anfangen jetzt? Dream Team. Was war das? Können wir jetzt mal anfangen? Okay, Jungs. Wo seid ihr? Wir haben noch sechs Minuten, um dieses Spiel nicht zu verlieren. Nur ich sage es nur einmal zwischen uns hier. Ich habe schon vor, dass wir das gewinnen. Ich glaube, die Galatas sind gerade am Ausrasten. Oh, das war dumm. Wo seid ihr? Wo ist Rot? Wo ist Rot? Ah! Siehst du hier? Siehst du da oben Rot und Lila am Spiel? Die stehen irgendwo ganz anders. Ja, ja. Und wir machen hier die Arbeit. Wo seid ihr? Abseits gibt es da auch, ne? Ja, aber erst im letzten Drittel, ab dieser gestrichelten Linie. Wie beim Hockey. Ja, nein. Lauf, 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 lauf. Dann gibt es schon die nächste Hände. So, sind wir langsam drin? Der letzte Mann da. Also wer auch immer da Lila ist, dann ist gut. Wie in der Kreisliga hier. Digga, ist das dein Ernst? Abseits, abseits. Ja, aber das ist echt nichts für Ego-Zocker. Da muss jeder auf seiner Seite stehen. Ja. Guck mal, danke. Alle finden auf Ball. Gretchen funktioniert auch hier. Stark. Ja, sicher. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Komm, zack. Geh hier rüber. Jawoll! Wer hat das? Ich schwöre, ich wollte den Spieler von vorne zurückholen. Sind wir langsam drin? Ich bin da. Okay, alles klar. Ich will da sicher gehen. Ich will da sicher gehen, dass ihr das langsam auch alles fühlt hier. Weil ich habe da sehr viel Freude an. Wir haben so ein, zwei Partien vorgespielt. Ich hatte sehr viel Spaß da dran. Da sah das aber nie so aus wie jetzt. Okay, wollen wir vielleicht Positionen verteilen? Was sagt ihr? Komm Trainer, mach die an die Seite, würde ich sagen. Ich gehe nach hinten. Okay, 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 okay. Jetzt zu zweit im Boxster. Wo ist der Tolder? Wo ist der Tolder? Ja, Mann. Wer ruht, wer ruht? Rein. Super. Pass, pass. Super. Mach ihn rein. Super. Jawohl. Oh, 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 oh. Ach, der. Super. Dann machst du ihn. Super. So. Da kann man sich jetzt über 4-7 mal freuen. Okay, kurzes Zwischenfazit, Jungs. Erstes Mal. Für dich habe ich das erste Mal generell das Spiel gemacht. Das erste Mal dieser Modus. Mhm. Erster Gedanke? Ey, das macht Bock. Das hängt jetzt wirklich schon am Baller League, muss ich sagen. So wie Mario Party als Fußballspiel, würde ich mal sagen. Mich hängt jetzt voll an Icon League zum Beispiel. Aber genauso ist es auf Bolzplatz in Frankfurt auch. Auch jeder, keiner will abgeben, wie jeder auf den Ball. Ja. Und das ist, es war so was. Also dieses Spiel war so. Sehen die Bolzplätze in Frankfurt auch ungefähr so aus wie da? So in den nobleren Vierteln, ja. Aber ansonsten ist es lockere Asche. Ja, so ähnlich, aber bei uns liegen überall so Spritzen. Ja, du musst auch Slalom machen mit Spritzen und so. Aber ich will hier nicht rausgehen mit dem 4 zu 7 zwischen Fena und Galler. Deswegen machen wir noch eine Revanche. Auf dem Bolzplatz geht auch keiner so raus. So, let's go. Wer ist welche Farbe hier? Ich bin blau. Ich bin gelb. Ich bin gelb. Ich gehe nach links. Boah. Schild 0-1, Schild 0. Wer ist gelb? Wer ist gelb? Ich. Manchmal verteidige doch mal da. Ich merke schon, Frankfurt-Bolzplatz wird mich fertig machen. Abseits. Boah! Okay. Aber 0-0 zu diesem Zeitpunkt stand es im letzten Spiel schon 4-0 für den Gegner. Insofern, wir werden besser. Was ist denn mit Carsten los? So, jetzt kann man einen Gegenangriff machen. So, let's go. Stark, Nico. Ganz stark, Nico. Ganz stark, Nico. Oh, nee. Oh, dumm. Abseits. Ja, ich würde sagen, der geht auf mich. Welche Position habt ihr auf dem Bolzplatz gespielt? Auch alle Sturmen wahrscheinlich, ne? Alle auf dem Ball. Das ist so schlecht, das ist so schlecht. Ja, quer! Herr Christin! Ja, das ist doch gut hier. Red. Super, super! Ja! Schuss! Oh, schade! Das war Baba Abdi! Boah! Oh! 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 Vier gegen Thomas! Raus damit, raus damit, raus damit! Jawoll! Baba Abba! Abdi, Abdi! Ja, Abdi! Schuss! Schuss, Schuss, Schuss! Schuss, Schuss! Boah! Der Ausgleich! Ja, Mann! Ja, ich bin außen, ich komme mit! Ja, Abdi! Ja! Abdi noch, Abdi noch! Abdi noch, Abdi noch, Abdi noch! So, jetzt ist er doch! Seite, Seite! Los! Auf geht's! Ja! Ja, Mann! Ich will nur noch diese Motto spielen zu Hause! Spielst du noch jetzt, ne? Scheiß mal Ultimate Team! Ich weiß, ja! Nur noch diese, ja! Aber das kann man ja auf Ultimate Team spielen! Oh! Ja, kannst du auch mit Ultimate spielen! Kannst dir einen Spieler aussuchen? Online, dann suchst du deine Freunde zusammen und dann spielst du zu viel in Ultimate! Wenn du so eine krasse Rudi-Völler-Karte hast! Ja! Wollte ich gerade sagen, viermal Rudi-Völler lang! Auf Abdi! Ah, fuck! Abdi, hol ihn! Abdi, du bist das Gesicht von EA! Abdi, du bist das Gesicht von EA! Oh, Mann! Sorry! 15 Sekunden, komm, ganz ruhig jetzt! Jetzt wirklich alle nach vorne! Jetzt 15 Sekunden Konzentration! Alle nach vorne! Ich bin da! Super! Oh, 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 oh! Ich seh ihn da laufen! Ich seh ihn da laufen! Ich seh ihn da laufen! Gewinnen das Ding! Schade! Was heißt das jetzt? Goal und Goal! Goal und Goal! Oh, das ist dreckig! Oh, da ist der Goal und Goal schon vorbei! Scheiße! Digga, nach vorne! Mach die Kamera raus! In diesem Sinne, das war Roche! Ich liebe EL Sports! Boop, 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 boop! Tschüss! Was ist denn da, gell?